So liebe Freunde, wir sind hier im Desert Park in Alice Springs und Felix, unser junger deutscher Freund, füttert jetzt den Emu mit seinen Milchkeksen. Weil die anderen Vögel sind das hier gar nicht gewohnt. Hast du mal gesehen, wie der Läufigke steuert? Ja, aber hast du schon mal gesehen, wie der rennt ist da eigentlich? So, das war's mit Neuigkeiten aus Australien.